Die häufigsten Schulterbeschwerden sind degenerative Veränderungen an der Schulter, das heißt verschleißbedingte Veränderungen an der Schulter. Hier ist vor allen Dingen die sogenannte Rotatorenmanschette betroffen, aber auch die lange Bizepssehne und mitunter auch andere weichteilige Strukturen in der Schulter. Weniger häufig kommt es zu traumatischen, also unfallbedingten Verletzungen der Schulter. Hier ist das Spektrum aber weitaus größer. Zum Beispiel bei einer Schulterauskugelung können die Verletzungsmuster mannigfaltig sein. Bei der Behandlung von Schulterbeschwerden setzt man bei den degenerativen Erkrankungen vor allen Dingen auf konservative Mittel, das heißt physiotherapeutische Mittel, medikamentöse Mittel. Sollte das nicht zum Erfolg führen und wir in der bildgebenden Diagnostik eine verletzte Struktur finden, wie zum Beispiel eine gerissene Rotatorenmanschette oder eine instabile Bizepssehne, so kann man mit einer Arthroskopie das Problem gut beheben. Bei den traumatischen Verletzungen, das heißt die unfallbedingten Verletzungen der Schulter, muss man hier wesentlich schneller genau hingucken, denn wenn man hier den Zeitpunkt der Reparatur verpasst, können auch langfristige Folgeschäden drohen. Die Heilungsaussichten insgesamt bei Schulterbeschwerden sind gut. Man muss hier aber unterscheiden. Haben Sie eine Erkrankung, die degenerativ und entzündlich ist, kann man häufig mit konservativer Therapie ein gutes Ergebnis erzielen. Haben Sie aber einen echten Strukturschaden, wie zum Beispiel einen Sehnenriss, dann ist eine arthroskopische Operation häufig notwendig, um ein gutes Ergebnis für Sie zu erzielen. Wenn Sie Schulterbeschwerden haben, sollten Sie diese ernst nehmen und sich damit beim Experten vorstellen, um hier keine langfristigen Schäden an der Schulter zu tragen.